und damit herzlich willkommen zurück zu im dawn hier bei explore.fp schön dass du eingeschaltet hast schön dass du dabei bist wir sind immer noch in malmaus unterwegs haben letzte folge den endboss gelegt und eine quest noch offen folgt das gerät ich habe jetzt mal gegoogelt wo die ist weil wir die karte ja wirklich aufgedeckt haben soweit und unser secret ist hier und das aber hier auf jeden fall hier in dem bereich da müssen wir jetzt hin das ist die frage ja wir müssen latschen mal wieder oder bringt uns das hafen oder ist das ein stolker irgendwas haben wir da übersehen beziehungsweise nicht beachtet dafür dass wir es jetzt auch anfinden weil es ist ja echt verwinkelt da oben wir müssen noch gucken wie wir zum hafen kommen da hoch da hinten runter da hinten hallo da kommst du hier oben dann im nächsten mussten oder was da hin hoffen auch nicht So. Okay, das muss man aber schon. Jetzt ist die Frage, ob er hier wirklich nicht schminkt worden ist. Von mir aus nicht. Das Gebäude hier kann man nicht rein, oder? Nee, nee, nee. Jetzt mal machen wir das ab. Okay, gefahren. Ja, ihre Erinnerung zurück. Hier waren wir schon. Ich frage mich, ob hier ein Grafik-Bug ist oder ob da irgendwie ein versteckter Bereich ist. Wir werden es nie rausfinden. Ich frage mich. Was? Was? Nee, ich glaube, da ist dann definitiv nichts. Dann haben wir einen Rift hier und dann können wir... nochmal zurücklatschen. Anporten wir ein Zeug ins Lager. Können die Pest abgeben. Und... äh... Da kaputt. Dampsen. So... Sie war... Sie war... Oben irgendwo, ne? Da oben steht sie. So... Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, hier ist es. Der Zettel zurück. Der... äh... Der Zettel... Ja, es ist eine Anweisung. Anweisung für das, was ich verloren habe. Was habt ihr verloren? Ich weiß es nicht, aber... Äh... Jetzt kann ich es finden. Ich weiß, wo ich es finde. Der Zettel wird es mir verraten. Viel Glück. Äh... Nein. Mal eben. Oh, da haben wir noch was zu lesen. Folkreiche Geburt. Ja, wir möchten natürlich, ne? Ich scrolle langsam durch. Und... Ihr könnt das Video dann auf Pause setzen, wenn ihr das lesen möchtet. Das ist ein kurzer Tipps. Das ist ein kurzer Tipps. Das ist ein kurzer Tipps. Kamerchen... Okay, man kann so die Sachen transferieren. Wusste ich auch nicht. Ein Leganier in Ringen. Wusste ich mal den Grün aus, oder? Wurde ich den Lebenskraftschein? Ja... Äh... Ringe? So! Ich habe zwei an Axt. Verhalten. Okay. Okay. Was ist das hier? Das ist doch Kiste. Ja. Ich bin schon bei Krempel angekommen. Das ist doch geil. Dann kommt der wie mal aus. Dann kommt der... Wir müssen auch drauf. Also... Also... So, ähm... Ich bin schon bei Krempel angekommen. Letzten. Ich bin schon bei Krempel angekommen. Und jetzt bin ich copper aus. Ich bin toujours so bei Krempel angekommen. Ich bin schon bei Krempel angekommen. Das ist ja genau bei Krempel angekommen. 5% Leben Feuerwiderstände, natürlich gut Widerstände, die behalten wir mal Wachsüchtige Pläne, wir wollen nicht so mehr Das brauchen wir definitiv nicht Auch nicht, die behalten wir mal Und den Kram können wir auch dezent verkaufen Ja Ja Wahrscheinlichkeit für Blüttenschaden brauchen wir nicht Kramentarschaden Kleinstrumsschaden Kältenschaden Leben Äh Wir dürfen endlich nach Forgottengott Wir haben zwar hier noch ein paar kleinere Quäste, aber Äh Machen wir später Wie machen wir später Ähm Wie kommen wir jetzt hin Haben wir hier ein Portal nach Auf Gedönse Wahrscheinlich eher weniger nicht, ne Aber doch Ja Pass auf Dann Lass ich mich hier auch frage Da Da waren wir auch noch nicht, ne Wie kommen wir da hin Portal Kann man da überhaupt hin Kann man da überhaupt hin Ja Ja Wir heißen nach Devil's Crossing Kann man da hin Vielleicht gibt es hier nochmal eine Quest Mal gucken Vielleicht haben wir irgendwas getriggert Ja Heimat Oh, es sieht nicht so aus, als man hier nicht. Und was ist? So, wo war denn das Portal jetzt nach... War das nicht hier? Ah ne, das war in... Oh! Da war jetzt draußen... Rift ist abgesammelt. Da ist es. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja... Wo wir vor ungefähr 50 Folgen einmal kurz hier waren. Ja schon ein, zwei Queste erledigt. Ein, zwei Queste angenommen. Ich würde sagen, wir düsen einfach jetzt mal ab ins Gebiet. Okay, hier war ich auch noch nicht. Also... Völlig normaler Schild. Ja. Ja. Da war es noch zu vermitteln, Chips. Beziehungsweise hatten wir uns ja jetzt auch schon angeschlossen, beziehungsweise ausgesucht. Ja, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los. Ja, ich glaube das letzte Mal, wo wir hier waren, da waren wir gerade mal Level 45 oder so. Deswegen mussten wir dann doch abrupt abbrechen. Ah ja. Wir müssen zwar noch den Elite-Mod schützen. Aber das kannst du nicht. Ja. Wissen wir eigentlich nicht. Weil wir eigentlich der Spiel eigentlich schon komplett durchlaufen. Möchte ich aber. Ja. Aber wir schauen. Ja. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein 30er Fall, das ist 26 voll, wo bei Malmaus unterwegs ist, mein Name ist dunkel, der Kühne Baba, das ist jetzt natürlich nicht. Das ist schön. Ich bin nicht beschissen. Ich werde euch immer noch eine Kackwaffe haben. So, weiter. So, weiter. So, weiter. Das habe ich auch nicht geholfen, wenn wir das auf die Blüte umstellen. Wer mich kennt oder meinen Kanal kennt, weiß ja, dass ich mit den Action-RPGs nicht viel am Hut habe, bis jetzt. Aber ich bin mir dann halt so viel Spaß gemacht, wenn ich mir kleben gebe. Okay, das hier habe ich schon freigeschaltet. Okay, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, wir sind da. Die Aufnahme sagt, wir sind bei 18 Minuten. Schluss für heute. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und... Ich bin ganz schön weit vorgelaufen schon. Da haben wir aufgegeben. Egal, wir laufen nochmal alles ab. Können wir ja. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye-bye und tschau tschau. Tschüss. 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 Tschüss.